Hallo und Willkommen zurück zu einem neuen Rund hier mit Visions of Mara. Wo muss ich denn lang? Ich weiß es nicht mehr. Hier. Oh! Wir sind endlich mal wieder ein höheres Level als die Gegner. Bisschen laut auf die Kopfhörer. Holyfuck. Was für ein geiles Schiff. Dürfen wir wieder auf eine Kreuzfahrt? Das hatten wir ja schon mal. Sieht, wie ich bin in Glück, oder? Oh, Sands of Voskov nahe. Oh, probiere das Ferryflute. Sie sollte es hören. Ja, wie du meinst. Aber zuerst möchte ich noch die Sachen hier rufen. Das können wir doch nicht so verschwenden. Und für was brauchen wir die Schildkröten, wenn da ein fettes Schiff liegt? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das muss man nicht verstehen. Da hinten ist auch noch was. Ich sehe es. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Tada. Ich sehe dich. Ich habe auch keine Ahnung. Holyfuck sind das viele. Alle aufs Maul. Halt. Sorry. Wie kommt es da auch was aus? Let's keep moving. Okay. Jetzt denke ich... Können wir die Flöte nutzen? Komme ich aufs Schiff rauf? Nur so, Interesse halber. Ne. Schade. Alter, wir klauen einfach das Schiff. Was ist die Flöte? Wurde die Flöte nicht Carina geschenkt? So ein Dieb. Oh. 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 Was? Alter, gib dir Gas. Oh. Holy shit. Alter, ist der Flink. Hahaha. Kannst du auch springen? Der kann noch schneller. Leck. Ja. Warsch. Es ist Wobble 1. Holy. Alter, das macht echt Spaß. Das ist geil. Das gefällt mir. Wir müssen wieder in das Dorf. Ich bin klug. Ich bin klug, dass wir hier auch schon alles gelootet haben. Aber in der Stadt gab es noch was. Da oben sind noch Kissen. Ich bin klug, dass es noch besser geht mit der Flöte ist. Mit der Gnome, ich glaube, das Soil hat genug Kraft. Es wird funktioniert, jetzt dass wir ihn auf unserer Seite haben. Ich bin bereit, um zu climbieren, wenn das nicht verletzt. Du schaffst, was du sowst, wie sie sagen. Du hast gehört, die Queen. Be bereit für any outcome. Bitte, Werk. Wir müssen... Du bist zurück. Ich fühle mich eine Veränderung in der Energie der Flöte. Wir müssen versuchen, die Flöte der Flöte wieder einmal zu machen. Spirits of Earth, we beseech you, bring life forth from this barren soil. Guide the Alms over the cliffs, and to Eleusia beyond. Die Flöte der Flöte ist ein Blond. Ich bin ein Blond. Oh! 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 Ha-ha! Yahoo! Oh! Oh, wow! Did you see? You don't want to watch! Hey! Val? Ina, I'll take care of your core stone. I swear. Not many people venture this far. There may not be many methods of restocking. Darf ich jetzt? Confirm your stores before we climb. Aw! But I want to go up now! Me too. But Palmin is right. Let's take our provisions first. Where? Oh, wow! Oh, okay. Oh! trước No one wasiendoing was Roy Yeah... It's so... Nein, das ist auch noch eine Kiste. Ja, endlich! Holy fuck! Das ist einfach nicht akzeptabel. Das könnte auch sinnvoll sein. Dafür machen wir uns die ganze Arbeit. Okay, Nikotala. Dann einmal diese Kiste da hinten. Das nehmen wir natürlich mit. Ist ja auch noch etwas versteckt. Gib mir, jawoll! Es ist voll das Gönnerspiel. Alter! Wat ein Gestänge! Euch möchte ich nicht. Ach, da macht er wieder... Nein! Da macht er wieder Double Jump! Lass mich sehen. Das könnte sinnvoll sein. Schocki! Ja! Hat sich gelohnt! Ja! Ja! Das ist eine von ihnen, die werden die Alme von Wood. Ja! Aber wir sind weit weg. Ja! 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 Und jetzt habe ich irgendwie voll an Avatar Frontiers of Pandora. Level 22, Alter, ihr seid immer zwei Level voraus, das ist schon fair. Was war jetzt das? Oh, zwei Stück. Oh ja, viel Honig. Was war, was war mir? Was war das? Wie viel Steff? Da kann man so viel übersehen, das ist unfair. Was war das? Was war das? Oh, die Blumen ist weg. Hm, ich glaube, es war wirklich die nahe Monster. Es gibt noch mehr. Lass uns mal schauen. Oh, die Blumen ist weg. Wunder Keks. Hatten wir das schon? Ich glaube schon, oder? Da liegt was. Ich bin nicht wundervoll. Ich möchte nämlich auch noch den Honig. He he he. Grizzly! Yes!